ja dann machen wir an der geilen stelle doch mal weiterhauen man ist ja die steht mir bestimmt auch ja freule willkommen zurück wir waren an der stelle noch mal weiter wo wir aufgehört haben alles aufgesammelt hier kann man lieber machen ja gut haben wir da 7 dingens gehen da war noch 75 zweimal halbleiter die weg groß so mann 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 wir sind ja echt reich bestückt ach ich hab das doch weggerollt dass wo ich den scheiß schon wieder da weg holen so aber da waren ja um schiff was hallo was das für ein raum alter sehr interessant was das ist bisschen merkwürdig so ah känsehaut hier so da geht es lang oh scheiße scheiße was hab ich denn jetzt was war das denn Ich hab irgendwann das Ding voll weggefickt, ey. Oh, was der Kack. Wenn ich die da kaputt mache, wohl, dann... Oh, Scheiß. Ja, nicht. Oh, ne. Da. Jawohl. Und rein. Und mal hart, ey. Jetzt. Hab ich die kaputt gemacht? Jetzt hast du mal nix für mich, ey. Du blöde Sau. Ah. Na, das sieht man doch gerne. So. Lachen wir mal noch ein. Äh, mal nachladen. So. Oh, he, he, he. Jo, 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 jo. Da kommt dir nochmal so ein Erntebagger um die Ecke, ey. So. Oh. Na ja, guck. Vorhin war da hier noch was dran. Jetzt ist er hier... Na ja. So, Aufzug. Was für kranke Geräusche, alter. Äh, äh, scheiße, Mann. Geh sterben. Wo? Wo? Winifred. Wo hast du nicht mal alle Mörder, ey? So, jetzt aber. He, he, he. Hammerhart, ey. Da kommt ja mal so eine... So eine Kräuterqualle entgegen, ey. So. Also. Ich suche schon dafür, dass da endgültig Schluss ist. Das sag ich dir doch. Komm her mit der blöden Kiste da. So. Wunderbar. Nee. Der sieht mir... Der sieht mir doch so ganz aus. Geh mal auseinander hier. Ja, so lieb ich das. Ah, was zum... So, da war ja zu. Blödes Scheißding. Ob da denn noch mehr? Achso, waren hier die Kisten da. Da hätte ich auch... Hätte ich mir die gar nicht holen brauchen. Ansonsten nicht hier ja nix rum, außer irgendein komisches Werkzeug und Feuerlöscher. Hammerhart, Alter. Hammerhart, ey. So, haben wir nachgeladen. So, nachladen. Sehr schön. Haben wir sonst noch? Haben wir noch nochmal nachladen? Ne, ein Schuss noch. Ah, fucking ey. Okay. Unsere sieben nachladen. Nachladen. Drei geht mehr, das drei geht nicht. Alles klar. Aber immer nie wieder. Heftig, General. Ah, aber... Die haben's... Die haben's wohl ins Geheil geschossen, Hammer. Boah, du Kräuter-Hansi, ey. Was, wo? Ah. Fall doch runter, Mann. Ja, war... Du Wander-Moppet, ey. Ja, kreisch dir nicht so rum, du olle Hexe. Neun Schuss. Mann, ey. Das Spiel ist doch kacke, man kriegt echt zu wenig Munition, ey. Dialog gefunden, so. Wir sind vorhin. Wir sind frei. Zähne, was ist hier los? Wir werden von Toten verfolgt. Von Toten sind zähne. Das ist nicht hier. Verschwindet da, Thorin. Macht das jeder weg aus. Wir sitzen in der Falle. Sie kommen von allen Seiten. Und an die Hing. Es wird verwegt es rein. Nehmt die Steuerbautstege. Wir haben ein Weg frei gemacht. Aber behalten, weil ich die Schließen von hinten auf. Wir versuchen es nicht. Weiter nach unten. So, dann nehmen wir die hier. Dann haben wir zwölf Schuss. Jetzt haben wir hier nochmal Medi-Pack. So. Tut mir leid, aber. In dieser gab es mal wieder Geld. Spuckmeister hier, hä? So, was haben wir da? Ah. Lachen wir doch weg mal nach, hier. So. Oh, nur drei Schuss. Geil. Das hat echt viel gebracht, sag mal. So, okay. Gucken wir uns mal um hier. Wir haben ja noch ein großes Medi-Pack und so weiter. Detonator-Mien. Medi-Pack. Jawohl. So, haben wir. So, jetzt gucken wir uns mal einen Runterschluck. So, warte mal. Gut, verkaufen haben wir ja nicht. Stase lasse ich drinne. Kann man immer gebrauchen. Suchprojektile. Habe ich nichts mit zu tun. Zwei Knoten, 27.000. Alles klar. So, komm mal raus hier. So, komm mal raus hier. Shop rein. So, das kostet ein, zwei. Kann ich nicht kaufen, wieso nicht? Warte mal hier. 10.000. Nee, das ist mir zu teuer immer. Nee, das ist mir zu teuer immer. Wieso kann ich nicht einkaufen? Ich drück hier drauf, aber passiert nichts auf Shop. Geil. Lass mal hier. Ja, navigieren, auswählen. Ach. Ja. Äh. Selten dämlich, wie ihr euch. Selten dämlich. Äh, ja, äh, äh. Oder nicht drum rum. Wir brauchen, 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 brauchen. Ja, brauchen wir auch. So, aber 15.000 haben wir noch. So, jetzt gehen wir mal raus. So. Aber hier steht, verkaufen Lager, was? So. 24, 3, 4. Oh, wir sind ein armer Schwein, aber. Nee, da muss ich nicht rein. Da muss ich Tab drücken. Tab. Hier tun wir mal auf E. Da tun wir mal ein, zwei Sachen vielleicht reinholen. Ähm. Äh. Okay. E. Dann hat E. Ist mir egal. Egal. So, da haben wir jetzt, ja. So haben wir doch eigentlichenmaßen, ne? So. So, da haben wir da. Klassische Anzug. 40.000. Achso. Ja. Wir sind pleite, aber das ist mir egal. Wir müssen uns ja irgendwie, bei irgendeinem Angriff müssen wir uns ja schützen können. So, jetzt sind wir noch rein hier. So, 6, 6, 50, 25, 11. Jawohl. So, das haben wir mal wieder ein bisschen Munition. Nee. Tab, Mann. Vergesst das jetzt mal. So, jetzt müssen wir mal erstmal gucken, dass wir uns das erstmal nachladen jetzt hier. Was haben wir denn da? So, 9,50. Na, sieht doch gut aus. Warum sollen wir da nachladen? Scheiß drauf. Lass mal so. So, nimm mal direkt mal die Waffe, die gefällt mir am besten. Speicherpunkt war hier nett, ne? Oh, deine Ecke ist nix. Dann gehen wir erstmal durch den Aufzug hier. Auf zur Tür, was auch immer. So, nimm mal. Hammel, ey. Okay. So. Jetzt, da wird die, ja. Jetzt. Oh. Oh. Komm mal. Nee. Margrit. What up? Ja. Du alte Fuchtel. Das gibt's doch nicht. Sieh, Schiff. Mach doch auf, die Tür. Was sonst nicht damit. Was ist damit. Das war's für heute. Das hat funktioniert. Geil. Jetzt fragt mich aber nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe, glaube ich, Leertaste gedrückt und dann habe ich geschossen. Oh, warte. Hallo, ey. So, warte mal. Das ist, glaube ich, dafür am besten. Für die Viecher, ne? Oh, da bewegt sich nichts mehr. Oh, der ist auch tot. Nochmal. Verdammt doch mal. Willst du mich eigentlich verarschen? Musst du dann auch dann noch nachladen? Ey, ey, ey. Schau doch drauf. Ja, nochmal, nochmal. Nochmal. Blöden Viecher, ey. Boah. Ja, jetzt habe ich euch kaputt gemacht, aber ihr gebt mir nichts, ne? Ihr Schweine, ihr verdammt. Blöde Kacke, ihr. Gehst du mal einen Meter. So. Blöde Kacke, ihr. Ich habe extra Munition geholen, jetzt alles weg. Scheiß Suppengemüse, ey. Nee. Oh, ich brech ab, alter. Hammerhart, ey.